So, willkommen zurück und nun geht es also wirklich zur Sache. Wir befinden uns im Contract Bereich und ich werde nun mal den Fly By The Man Contract annehmen und auch noch den Radial Decoupler. Das gibt ganz ordentlich Rewards und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das jetzt auch hinbekommen. Ich schaue gleich mal, was für Teile wir denn haben. Ich hoffe nur ja, wir haben die Terrier. Die wird auch umgehend gekauft und wir werden den auch noch brauchen. Den kaufen wir jetzt auch gleich mal. Dann natürlich das Heatshield, einen Decoupler und die nehme ich auch mal zur Sicherheit mit, weil wir nämlich ohne Manövernotes fliegen werden müssen und auch ohne Patched Conics. Und von daher weiß ich noch nicht, wie denn das überhaupt laufen wird. Ja, dann nehmen wir jetzt hier die Engine runter und hier auch nochmal die Coupler und dann nehmen wir nochmal. Das wird so praktisch 2000. Das sollte ausreichen. Ich will eigentlich auch gar kein Orbit machen. Also von daher. So, welche nehmen wir jetzt? Nehmen wir die mit dem Gimbal. Vacuum 200. Vacuum 300. Die Gimbal. So, ich stage hier gleich mal richtig. So, den Fallschirm runter. Reicht uns das? Jetzt glaube ich auch gar keinen Fall. Da werden wir auf jeden Fall nochmal einen brauchen. Mindestens einen. Haben wir denn? Oh, wir müssen mit 30 Parts immer noch auskommen. Das ist weniger lustig. Dann haben wir 14. Nehmen wir hier den Decoupler mit. Und werden wir auch gleich hier hin. Zwiebeln. Und nehmen wir diese Booster. Die sollten auf jeden Fall ausreichen. So, vielleicht ein bisschen höher auf. Ja, so bin ich eigentlich ganz zufrieden. Dann ein bisschen Aerodynamik. Das Ganze. Wir haben nur diese kleinen Winkel. Das ist nicht so prickelnd. Okay. Und sind jetzt... Aha, wir sind wieder mal deutlich zu schwer. Wir brauchen mehr. Wie viel... Ich speichere mal das. Manor. Manor. Alpha. Und dann gehen wir hier mal raus und schauen mal, was uns das Upgrade kostet. Weil eigentlich sind mir die Parts... Sind mir eigentlich noch wichtiger. Ähm... 100. Das können wir uns auf jeden Fall leisten. Und das werde ich mir auch leisten. Lieber mit 30 Parts auskommen. Aber das Upgrade sollte auf jeden Fall drin sein. Vor allem wenn wir jetzt zum Mann wollen. Somit passt das jetzt. Wir haben 5700. Ich werde mal die ausschalten. Damit wir... Bringt mich gleich auch eine Idee. Es gibt uns auch nochmal ein bisschen mehr Delta V und den Ablator. Den haue ich mal auf 120. 120 bin ich eigentlich zufrieden. Das sollte mir genügen. Und... Wir haben 3500. Das reicht noch nicht ganz. Also es würde reichen. Aber ich mache es wie die NASA. Und ich glaube die NASA macht es auch so. Ähm... Lieber etwas mehr. Und... Wirklich als Backup. Bevor man dann irgendwo krepiert. 3800. Was ist denn mit dem... Thrust to Weight Ratio? 1,58. Das ist natürlich nicht die Bombe. Und 1,02 ist erst recht nicht die Bombe. Okay aber wir wollen ja eh so stachen. Okay. Aber jetzt haben wir natürlich auch deutlich weniger Delta V. 3200. Wie viele Parts? Wie viele Parts? Okay. 26 Parts ist aber auch okay. 3200. Das wird nicht besser irgendwie. Wie... Eigentlich... Kann ich irgendwas übersehen? Ne. Habe ich nicht. Es bleibt bei so wenig. Ähm... Vielleicht brauchen wir doch 4 Booster. Ich nehme mal das nochmal ab. Nehmen wir 3. 3300. Das ist alles nicht so die Bombe. 3500. 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 auch noch einschalten. Okay, jetzt unsere Winglets, wo sind die hingekommen? Da hängen sie. Hier sind wir drüber von den Teilen. Wir haben noch keine Science an Bord. Ja, das ist alles nicht so einfach. Ich glaube, es muss mit zwei Boostern gehen. Dann müssen wir oben die Stage erweitern. Es muss mit zwei Boostern hinhauen. Es muss einfach. Weiter runter. Passt es jetzt? Ich kann es nicht genau erkennen. Müsste es schon lassen. Okay. Gut. Wir haben 3800. Das ist eben auch das Beste. Achso. Das sollte ich wieder ausschalten. 3200. Irgendwas spackt hier doch. Das kann ich nicht. Achso. Ich lasse mal das atmosphärisch aus. Das verwirrt mich nur. 3900. Wo wir die ausmachen. Ja, eben. Dann reichen nämlich auch zwei Booster aus. Ich dachte mir schon, irgendwas passt hier doch nicht. Okay. Dann kommen die... Jetzt sind sie anscheinend wirklich weg. Macht nichts. Ich hätte ja gute Lust, die großen zu nehmen. Aber der Tank... Das ist jetzt eine ziemlich nubische Frage. Aber werden die Tanks jetzt von oben her leer? Oder von unten? Ich glaube... Ich glaube von oben. Ich bin mir ziemlich sicher von oben. Aber warum kippt dann in manchen Fällen die Rakete nach vorne? Wenn es oben eigentlich leichter wird? Vielleicht weil es KSP ist? Keine Ahnung. Ja. Und zwei Winglets müssen ausreichen. Das hilft nichts. Zwei müssen ausreichen. Weil... Wir haben jetzt noch 6 Plätze. Wir brauchen noch auf jeden Fall einen Thermometer. Weil ich will da jetzt schon auch ein bisschen Science abgrasen. So ist es nicht. Wir brauchen auf jeden Fall eine Antenne. Die nehmen wir hier so mit. Ich bin mir nicht so ganz zufrieden, wie die da dranhängt. Ja. Jetzt hören wir auf hier. So. Ich glaube so. So kann man sie lassen. Wie viele Teile? 27. Das Kerbal Engineer System muss auch mit. Ich will meine Anzeigen haben, wenn ich schon... ... und zwei Gunkanester. Würde ich auf jeden Fall noch mitnehmen. So. Packen wir hier unten hin. So. Sind wir bei 30 Teilen. 3900 Delta V. Okay. Und dann würde ich vorschlagen, das wird so gespeichert. Und dann legen wir los. Auf zum Mann. Im Hard Mode. Ohne Patch Conics. Und ohne Manöver Nodes. Wo ist der Mann? Wir können auch kein Target setzen. Wir können eigentlich nichts machen. Okay. Ich beschleunige erstmal. Bis wir auf jeden Fall Tag bekommen. So. Zum Sonnenaufgang starten. Ist denkbar ungünstig. Weil wir... Weil wir... Weil wir... Okay. Gut. Ich bin ein bisschen nervös. Ähm... Jebediah hat die Ehre. Als allererstes zum Mann zu fliegen. Ich fliege jetzt auch nur zum Mann. Ohne... Eine... Eine... Sonde vorab zu schicken. Weil ich doch... Ähm... Würde ich sagen... Ähm... Recht viel Erfahrung mit dem Mann habe. Und so ein Flyby Manöver... Das traue ich mir jetzt schon zu. So ist es nicht. Okay. Es ist echt übelst. Also... So lange man noch in der Atmosphäre ist. Die Raketen. Also gerade mit der neuen Aerodynamik. Ähm... Die verstehen überhaupt keinen Spaß. Und verzeihen überhaupt keine Fehler. Man sollte auf jeden Fall sich wirklich im Prograde Vektor bewegen. Wirklich keine Experimente groß machen. Ähm... Das Delta V, was wir da jetzt verloren haben, dürfte nicht so tragisch sein. Gehe ich davon aus. Und... Ähm... Ich bin auch mit diesem Aufstieg bisher eigentlich recht zufrieden. Wir haben eine Apoapsis von 36.000. Strategy. Wir sehen ein Mann schon. Sehen wir einen Mann schon... Ja, ich sehe ihn. das heißt wir werden auch durchbrennen wir werden durchbrennen hoffentlich nicht andere Dinge durchbrennen uns ja also es sind höher können wir nicht schon noch gehen kaum quatsch man zu viel und konzentriert sich auf was anderes es ist schon geschehen jetzt schon ein bisschen viel in der Atmosphäre vergeudet mit dieser Stage es geht jetzt zwar relativ schnell aber ja da kommen schon die Hitzeeffekte weil wir einfach immer noch nicht draußen sind ich hoffe es kommt jetzt mal höher ich hoffe die Hitze zweite Stage die sollte sich auf jeden Fall verflüchtigen weil wir von der Periapsis noch nicht so sind ok gut Reicht das aus? Müsste ausreichen, wie sieht es mit dem Treibstoff aus? Treibstoff sieht sehr gut aus, aber ich will eigentlich auch noch keinen Orbit machen, das ist mir wirklich... ach du Schande, wir haben sofort das SRS aus, wir haben Batterien vergessen, aber gut wir waren eh bei 30 Teilen und ihr habt gar nichts vergessen, wenn dann habe ich die Batterien vergessen, das heißt aber die Antenne die wir da mitgebracht haben ist völlig sinnlos, da hätte ich auch vorher drauf kommen können, gut, nichtsdestotrotz wir sparen einfach Elektrizität und machen uns auf den Weg zum Mann, hoffentlich geht alles gut, immerhin ist Jab an Bord, komm gut her, sollte es funktionieren. Ja nochmal zum Debris, was mich tierisch nervt, mich nervt so einiges bei dem Spiel, mindestens genauso viel, wie ich es einfach nur noch geil finde, aber der Debris hat jetzt ungefähr eine Periapsis von 40, 50, 1000 Meter, müsste also immer wieder in die Atmosphäre eintreten, entweder verglühen oder immer weiter runter kommen mit der Zeit, tut er aber nicht, zumindest in meinen letzten Spieldurchläufen im Science Mode und das finde ich sehr schade, weil ich immer peinlich darauf achte Weltraummüll zu vermeiden, wo es geht und das finde ich ein bisschen ärgerlich dann. So, wir können jetzt hier mal ein Crew Report machen und können auch mal EVA gehen. Cooles Bild schon wieder. Ach, ich finde das Spiel so geil, also ich bin da echt ein Fanboy könnte man sagen, von... Es ist ärgerlich, dass wir... Also dieses Spiel, also es waren ja schon sehr viele geile Spiele in den letzten 10, 20 Jahren oder eigentlich schon seit Beginn der Spieleindustrie. extrem viele geile geile Spiele, aber allein Blizzard, aber was mit KSP und mir abgeht, das kann ich gar nicht beschreiben. So, was machen wir? Ich will maximale Science, von daher werde ich mir die Guhkanister aufsparen, bis wir einmal beim Mann sind. Außerdem kann ich ja auf dem Rückweg immer noch High Oberkörben ein bisschen Guh sammeln. So, irgendwie... Sieht das ganz gut aus, wir müssten jetzt deutlich langsam werden, deutlich langsamer und der Mond müsste aufholen. Und da haben wir auch schon einen Kollisionskurs, was ich wiederum nicht so prickelnd finde. Und deswegen werden wir auch gleich mal Radial Out feuern. Und schauen, ob das uns was bringt. Ah, scheint so. Ich mach mal SAS an zur Sicherheit. So, das hat jetzt natürlich den Vorteil, dass wir relativ nah am Mond vorbeikommen. Was ist das bitte? Ich habe etwas Angst. Was ist mit der Manövernot? Ich mach's los. komisch, wie das aussieht und warum kommt die Was ist denn hier eigentlich los? Wieso ist das der Retrograde Vektor? Ich kapiere es nicht, was da los ist. Da müssen wir eben in die Sicht gehen. Wo ist der Mann? Okay, den hätten wir auch wählen sollen. Jetzt vielleicht noch ein bisschen...